Hallo zusammen, ich grüße euch im Namen des Herrn Joshua Maschia. Willkommen zu unserer Sendung, die Stunde der Wahrheit. In der Stunde der Wahrheit sagen wir zurück zum Wort, zurück zu Joshua Maschia. Halleluja. Wir machen weiter mit unserer Serie über falsche Lehre. Und heute wollen wir weiter mit dem Thema zwischen Menschen. Letztes Mal hatten wir von Gebete an die Heiligen. Also, dass die Leute statt direkt zum Herrn zu gehen, direkt mit Joshua Maschia zu reden, Gebete an Joshua, Jesus Christus, direkt zu Gott. Nein, die reden direkt, also erstmal mit sogenannten Heiligen. Halleluja. Und die sind also zwischen Menschen. Aber heute, ja, heute machen wir weiter in diese Richtung. Wir werden also von Priestenschaft, Priestentum. Halleluja. So, Herr, danke für diesen Moment. Danke für alles, was du tust in unserem Leben, Joshua. Danke, dass du uns auch die Augen öffnest, Herr, auf deinem Weg zu bleiben, weiter mit dir zu gehen. Herr, schenk uns noch mehr Gnade, viel von deiner, wir brauchen mehr von deiner Liebe, weiter mit dir zu gehen. Halleluja. Halleluja. Also, diese Serie, falsche Lehre, es ist bloß, es ist damit die Leute die Wahrheit erfahren, weil die Bibel sagt, wer die Wahrheit erfährt, die Wahrheit wird ihn frei machen. Halleluja. Und es ist damit die Leute keine falschen Hoffnungen bekommen, die, die den Herrn also folgen wollen, die, die Christ geworden sind, also mit ihm weiterleben wollen. Denn manchmal fallen wir, fallen sie also in die Folgen, also falsche Lehren und diese Lehre geben die Leute eine falsche Hoffnung. Und deswegen sagen wir hier zurück zum Wort, zurück zu Joshua Mashiach. Halleluja. So, in der Bibel steht, dass Joshua Mashiach, ich gehe mal also in der Bibel, nehme ich, nehmen wir 1. Mose, ne, was sage ich überhaupt, 1. Timotheus, 1. Timotheus Kapitel 2. Also Timotheus Kapitel 2, Vers 5, ich mache das also größer, Halleluja. Vers 5. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat, für alle zur Erlösung, dass solches zu seiner Zeit gepredigt würde. Also die Bibel sagt ganz klar hier in 1. Timotheus Kapitel 2, Vers 5, dass es ein einziger Mittler, ein einziger zwischen, nur eine Person zwischen den Menschen und Gott ist. Ein einziger Mittler zwischen Gott und den Menschen und das ist Joshua Mashiach, Jesus Christus. Halleluja. Ganz klar, ganz deutlich. Keine Maria, keine heilige Petrus, keine heilige irgendwas. Nein, nur der einzige Mittler, Jesuah Mashiach, Jesus allein. Halleluja. Das muss also klar sein, dass Jesuah Mashiach der einzige Mittler heutzutage ist. Einziger Mittler. Aber, was passiert überhaupt? Die Leute, statt das Wort des Herrn also so zu nehmen, wie es hier steht, die bringen uns zurück zum Alten Bund. Im Alten Bund gab es also, was man nennt also als Priestenschaft. Es gab da so Priester, es gab da so ein Tempel, Priester und Opfergabe und so weiter. Die Priester waren also von, die waren alle von Leviten, die waren alle Leviten. Nicht alle Leviten waren Priester, aber die Priester kamen, stammen aus, diese stammen Leviten. Und was hat unser Herr gesagt? Die Leviten waren zwischen das Volk, also die Priester zwischen das Volk und Gott und Elohim. Die Leute sind also zu den Leviten gekommen, zu den Leuten, die im Tempel gedient hatten. Und dort haben sie ihr Opfer gegeben, Opfergabe gemacht. Und die Leviten, also die Priester, hatten dort gedient. Die haben Elohim dort im Tempel gedient. Aber was passiert heute? Die Bibel sagt ganz klar, dass Joshua Mashiach der einzige Mittler ist. Er hat alles verändert, als Joshua am Kreuz sagte, Es ist vollbracht, hatte das Alten Bund erfüllt. Halleluja! Er hat das Alten Bund erfüllt. Und es steht, wir können das also alle lesen in Matthäus Kapitel 5. Er sagt also, ich bin nicht gekommen. Matthäus Kapitel 5, Vers 17. Ich sollt nicht wählen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Halleluja! Also er hat diese ganze Opfergabe, diese ganze Priesterschaft von Aaron, das Gesetz, Mose, die Propheten, alles was die Propheten gesagt hatten, alles was sie von Joshua gesagt hatten, hat Joshua erfüllt. Und deswegen sind wir nicht mehr in der Zeit vom Gesetz, aber wir leben jetzt in der Zeit der Gnade. Halleluja! Gnade in Joshua Mashiach. Aber dann, was passiert? Was ist in dieser Zeit? In dieser Zeit ist Joshua Mashiach der einzige Mittler. Einzige zwischen den Menschen und dem Herrn, dieser Mensch, Jesus Christus, steht da ganz klar. Halleluja! Und noch etwas. Deswegen müssen wir alle selber prüfen. Deswegen müssen wir alle selber prüfen. Die Bibel sagt noch ganz klar, dass heutzutage, heute, in dieser Zeit, wo Joshua Mashiach das Gesetz und die Propheten erfüllt hat, er hat eine neue Priesterschaft gebracht, ein neues Priestentum gebracht. Und wer ist dieses Priestentum? Halleluja! Schauen wir mal also in der Bibel. Halleluja! 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 Joshua Mashiach. Nein, es steht alles in dem Wort. Alles in dem Wort. Halleluja! Und also, 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 5. Und auch ihr, als die lebendigen Steine, baut euch zum geistlichen... Also, das ist also, dass wir das Haus sind. Halleluja! Ich gehe also Vers 9, genau. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, das königliche Priestertum, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, dass ihr verkündigen sollt, die Tugenden des, der euch berufen hat, von der Finsternis zu einem wunderbaren Licht. Ganz klar und deutlich, dass die Christen, alle Menschen, die Joshua Mashiach als Herr angenommen haben, die sein Wort angenommen haben, die an ihn glauben, gehören zu diesem Priestertum. Halleluja! Die gehören, die sind Teil dieser Priesterschaft. Sie sind Priester! Nicht wie, nicht heute, wie man sieht, also nur Pfarrer, Priester, die gehen, die machen also Theologie, studieren lang und dann am Ende machen sie so einen Test. Und am Ende dieses Tests kriegen sie ihr Zertifikat als Priester. Jetzt sind sie Priester und können also ihre Priesterschaft, also die können also dienen als Priester. Falsch, liebe Geschwister! Die Bibel sagt ganz klar hier, dass die Christen, die Leute, die an Joshua Mashiach geglaubt haben, diese Menschen sind Priester. Das können wir noch weiter in der Offenbarung, gibt es noch. Offenbarung Kapitel 1, Vers 6. Halleluja! Und hat uns zu Königen und Priestern gemacht vor Gott und seinem Vater. Dem sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen! Halleluja! Wir können das also sogar, wo können wir das lesen? Ab Vers 4. Johannes, die sieben Gemeinden, ihr kennt schon diese Verse. Johannes, den sieben Gemeinden in Asien. Gnade sein mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt und von den sieben Geisten, die da sind vor seinem Stuhl. Vers 5. Und von Jesu Christo, Joshua Mashiach, welcher ist der treue Zeuge und erstgeborene von den Toten und der Fürst der Könige auf Erden, der uns geliebt hat und gewaschen von den Sünden mit seinem Blut. Also es geht um Leute, die an Joshua geglaubt haben, wurden gewaschen. Er hat sie geliebt. Gewaschen mit dem Blut von Joshua Mashiach. Und dann geht er weiter im Vers 6. Und hat uns, wir, wir die Christen, uns, wir die Christen, zu Königen und Priestern gemacht. Er hat uns Priestern gemacht. Also, das bedeutet also im Neuen Bund, wir die Christen, wir sind Priester. Das bedeutet, wir brauchen keine Zwischenmenschen, wir brauchen keinen Mensch auf dieser Erde mehr, zu dem Herrn zu gehen. Wir sind diejenigen, die zum Herrn gehen und dort beten, anbeten, wir machen also Fürbeten und so weiter. Halleluja. Wir dienen unseren Herrn. Wir dienen unseren Herrn. Wir haben diese Doppeldienste. Wir sind selber das Opfer und Aho, die Priester. Oh, 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 Halleluja, Halleluja. Also, das bedeutet, mein Bruder, meine Schwester, warum suchst du immer Menschen? Geh direkt zu Joshua Mashiach. Das ist unser Fehler. Wir denken, dass die Pastoren, die Propheten, die Bischöpfe, die, keine Ahnung, sind die Priester. Aber wir nicht. Deswegen müssen wir immer dorthin gehen und bestimmte Sachen erzählen und so weiter. Ich sage nicht, dass es falsch ist, also mit irgendeinem Bruder zu reden über Joshua Mashiach, Hilfe bei einem Bruder oder sowas, dass man sich also gegenseitig aufbaut. Das ist nicht falsch. Das ist das Wort des Herrn. Aber dass wir die Menschen, dass wir unser Herr Joshua Mashiach ersetzen durch Menschen als Mittler, obwohl das Wort sagt, dass Joshua Mashiach der einzige Mittler ist, zwischen dieses... Ach, Joshua. Und dann, wenn wir nicht aufpassen, fallen wir in die Hände von falschen Lehrern, die führen die Leute in die Irre. Wir legen unser Vertrauen auf Menschen, auf diese sogenannten Propheten, Pastoren, Bischöpfe, Aposteln oder Priester oder Pfarrer, keine Ahnung. Und dann lehren sie, die geben also falsche Nahrung. Und am Ende sind wir diejenigen, die weinen. Und dann, oh, Herr, vergib mir, ich habe diesem Menschen vertraut und bla bla bla. Aber der Herr sagte, komm zu mir. Komm erst mal zu mir. Wieso gehst du zuerst zu den Menschen? Sprich direkt mit mir. Und ich werde dir zeigen, mit wem du weitergehen kannst. Halleluja. Halleluja. Und deswegen steht also in Römer, in Römer Kapitel 12, Römer Kapitel 12, Römer Kapitel 12 steht, wie wir also unser Herr dienen. Römer Kapitel 12, also Vers 1. Ich ermahne euch nun, lieber Brüder, durch die Barmützigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber begebt zum Opfer, dass ihr das gebt als Opfer. Dass da lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei, welches sei euer vernünftiger Gottesdienst. Das ist unser Dienst. Und hier, im Vers 1, sieht man diese zwei, diese zwei Sachen, diese zwei Punkte. Dienen als Opfer und dienen als Priester. Halleluja. Weil damals im alten Bund die Priester, was haben sie gemacht? Die haben also ein Lamm geschlachtet und dann auf ein Altar gelegt, also das Feuer war da und dann Opfergabe gemacht. Diese ganzen Waschungen für sie, damit sie dem Herrn, so hatten sie dem Herrn gedient, im Tempel. Halleluja. Und das, hier in diesem Vers lesen wir, dass wir die Priester sind und wir sind die Opfergabe. Halleluja. Wir geben unser Leib, unser Leben als lebendiges Opfergabe. Um dieses, wie gesagt, also, dass wir es geben, wir sind gerade, wenn wir das, wenn wir unser Leib geben, dann sind wir Priester. Wir dienen unseren Herrn. Halleluja. Also, hört auf, Menschen zu suchen. Fängt erstmal an, Joshua, Mashiach zu suchen. Erstmal Joshua, weil du, weil wir Priester sind, wir die Christen. Wir die Leute, die an Joshua glauben, die dann sein Wort, die sein Wort genommen haben. Zuerst zurück zum Herrn. Wir sagen, zurück zu Joshua, Mashiach. Halleluja. Wer nicht weiß, also, wer er ist, dann, dann kann er falsch dienen. Wir sind Diener des Herrn als Opfergabe und als, und, und, als, äh, und, und, also, als Opfergabe und als Priester. Halleluja. Liebe Geschwister, das wollte ich also heute, heute mit euch teilen. Denn, die falsche Lehre, also, die falsche Lehre ist also, dass man denkt, ja, dass andere Menschen, bestimmt, die, die Theologie studiert haben, die, die Pastoren und sowas geworden sind, die da sind die einzigen Priester. Nein. Nein. Wir, Christen, sind alle Priester und wir gehören zu diesem Priestertum. Halleluja. Und Joshua, Mashiach, ist unser, ist der Weg. Joshua, Mashiach, ist unser Herr, unser Elohim. Er ist die Wahrheit. Ich schreie zurück zum Wort. Zurück zu Joshua, Mashiach. Amen.